So sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallama, aus welchem Land kommst du? Aus welcher Ortschaft kommst du? Und was ist deine Religion? Ich bin ein Christ. Ich bin eine Person, das ist eine Stadt im Irak, ich komme dort ursprünglich her. Dann sagte der Gesandte, sallallahu alaihi wa sallama, As-Salih, Yunus ibn Matta, du kommst aus derselben Ortschaft wie der edle Prophet, der gute, rechtschaffende Mann, Yunus ibn Matta. Ihr wisst, Yunus war was? Ein Prophet. Dann wunderte sich Addaas, woher weiß er das? Er sagt, wer lässt dich wissen, wer Yunus, der Prophet ibn Matta ist? Fakala Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallama, Er sagte, das ist mein Bruder, das ist mein Bruder, Yunus, alaihi salatu wa sallam, denn er war ein Prophet und ich bin ein Prophet. Allahu akbar. Ja daakir al-Azhaa.